Herzlich willkommen zu einem neuen Video in unserer Hunde-Mythos-Reihe. Heute geht es um Hunde auf dem Sofa versuchen uns zu dominieren. Sie denken, sie wären der Boss. Denken wir es, oder? Also, ich gebe zu, bei dem ersten Bild, was ich dir zeige, da sieht es auch genau danach aus. Der Rang des Tieres, desto höher legt es sich. Das heißt, wenn es sich mit uns auf einer Ebene ablegt, hat es mindestens den selben Rang, mindestens gleich hoch. Oh, das führt zu Komplikationen, oder? Auf sofort müssen wir uns jedes Kommando erkämpfen. Nein, also der Mythos irrt sich, was das angeht. Ja, es kann zu Problemen kommen, wenn unsere Hunde auf dem Sofa sind, das möchte ich auch nicht verheimlichen. Aber es kommt nicht immer zu einem Problem. Das ist sogar eher selten. Das größte Problem ist, dass mein Hund vielleicht keinen Platz machen will, wenn ich mich hinsetzen möchte. Und er denkt so, ach komm, ich liege doch auch da, leg dich ein bisschen nebendran und gut ist. Das sind ja nur die Kleinigkeiten. Es kann natürlich auch zu anderen Problemen kommen, gerade wenn unsere Hunde zu Ressourcenverteidigung oder auch recht ein territoriales Verhalten an den Tag legen. Dann sollte man sich überlegen, ob man zulässt, dass der Hund sich auf dem Sofa breit macht. Denn selbst wenn wir uns dazusetzen können oder ihn wegschicken können und uns hinsetzen können, der Besuch kann das nicht unbedingt. Und das ist ja meistens dann doch sehr unangenehm. Ja, okay, es gibt ein paar Ausnahmen. Wenn die Schwiegereltern zu Besuch kommen, dann gehen die wenigstens wieder schnell. Aber sonst ist das vielleicht nicht ganz so angebracht. Oder? Was meinen Sie? Gucken wir uns doch mal folgendes Bild an. Na, das sieht nicht so aus, als ob der Hund nach der Weltherrschaft trachtet. Nein, er liegt einfach nur da und will ein bisschen chillen. Vielleicht hofft er auch darauf, dass Herrchen gleich kommt und mit ihm ein bisschen schmust. In der Tat werden Plätze auch so ausgewählt. Zugang zu Ressourcen, dazu ist nicht nur Gemeinzugang zu Futter, sondern auch zu Spielen oder zu Streichleinheiten. Kontakt zu anderen ist auch eine Ressource. Der Platz an sich selber kann auch eine Ressource sein. Aber ein attraktiver Platz liegt immer im Auge des Betrachters, bei den Hunden wie bei uns auch. Ein netter Geruch kann auch attraktiv für einen Hund sein, deswegen mag er den Platz, weil er irgendwie immer so schön nach Essen riecht. Chipskrümel oder sowas vom Sofensofa. Das kann auch immer ein Trigger für die Hunde sein. Was kommt denn da für ein Bild? Das sind meine beiden. Die liegen da schön auf dem Sofa, keinen Platz mehr für mich. Ich darf mich dann auf den Teppich legen. Ein kleiner Spaß, das ist ein extra Hundesofa eigentlich. Von da aus habe ich damit überhaupt kein Problem und manchmal springen sie auch hoch aufs andere und kommen zum Kuscheln rüber. Das ist für mich auch absolut in Ordnung. Ich hatte auch noch nie Probleme damit. Wirklich noch nie. Abgesehen davon, dass ich vielleicht auch meinem Hund zweimal sagen musste, dass er ein bisschen Platz macht, damit ich mich auch noch hinsetzen kann. Aber gut, da bin ich halt auch nur Halter. Jeder Hund sucht sich seinen individuellen Platz. Das ist auch nichts Schlimmes. Wenn wir natürlich ein territorial aggressives Tier haben oder ein Tier, was dazu neigt, Ressourcen stark zu verteidigen oder überhaupt zu verteidigen, dann sollten wir uns das gut überlegen. Ob wir das machen oder nicht, ob wir uns darauf einlassen oder nicht. Aber das ist auch was ganz individuelles. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Thema und ich würde mich freuen, Sie im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Diese Videos sollen dazu beitragen, diese falschen Hundemythen auszurotten, damit keiner unserer geliebten Vierbeiner mehr darunter leiden muss. Wenn Sie das, was ich tue, für gut empfinden, geben Sie mir einen Daumen nach oben, abonnieren Sie den Kanal oder lassen Sie es mich anders wissen. Gerne können Sie das Video auch teilen, wenn Sie andere Leute darüber aufklären wollen. Vielen Dank.